Kinder, ich zeige euch jetzt nochmal, wo ihr die fantastischen Stadtposter hier bestellen könnt. Oder auch die Sternkartenposter, habe ich ja letztes Mal schon davon erzählt. Könnt ihr hier, ne, macht ihr euch so ein schönes Poster von eurer Heimatstadt oder was. Ich möchte jetzt eins aus Wuhan haben. Da, zack. Dann könnt ihr selber noch was reinschreiben. Ihr müsst da nicht Wuhan stehen lassen. Ihr könnt auch großes Drecksloch schreiben. Oder wo auch immer ihr geboren seid. Könnt ihr auch Nordkorea nehmen, wie auch immer. Corona 2020. Ich war dabei. So, das könnt ihr euch jetzt bestellen. Könnt ihr noch ein bisschen die Ansicht ändern. Ihr könnt auch reinzoomen, wenn ihr möchtet. Könnt auch verschiedene Farben nehmen. So, guck mal. Fein, oder? Könnt ihr euch schön als Poster dann irgendwo hinhängen. Mit eurer Stadt, die ihr gerne haben möchtet. Und ihr Mäuse sollten natürlich nicht leer ausgehen. Ich habe natürlich noch einen Gutscheincode für euch organisiert. Der heißt Udo halt die Fresse. Dass ich euch jemals einen Gutscheincode organisiere, hätte ich auch nicht gedacht. Aber zack, guck mal. Sechs Euro gehen runter. Hier haben wir noch die fantastischen Sternkartenposter. Da könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, wann euer Hund das erste Mal irgendwie eine läufige Hündin gedeckt hat. Oder was. Oder hier ist in dem Fall mein Geburtstag. So standen die Sterne tatsächlich an dem Tag. Tolles Geschenk. Es ist einfach. Muss man auch mal sagen. So, ich halte jetzt mein morgenschönes Montag nach Chip.